Moin Leute, hier sind wir wieder auf Funny Games mit Jonas! Anik! Moin Spider! Spider-Man! Diesmal Spider-Man! So! Und wir spielen heute mal Surgery Simulator! Das sagt dann einem eigentlich schon was es ist, ne? Wir können ein bisschen am Körper rumspielen. Das ist cool! Ist das zu kompliziert für dich? Ne, aber guck dir die mal an! A, W, E, R! Space! Space! Ja, wo ist das Problem? Nein, jetzt haben wir nur 100T gesteuert! Okay, los geht's! So, wir müssen eine Herztransplantation durchführen! Schön! Ja, genau! Oh, oh, oh! Okay, okay! Nein, zieh zu dir weg! Warte mal, warte mal, ich muss mal! Kannst du es nicht hoch? So, denk damit! Okay! Ey, du musst mal die Kettensäge unterhalten! Das ist die Kreissäge doch! Das ist die Kreisteilnahme! Du musst, glaub ich, alles gleichzeitig rücken! Ja, warte, ich bin gerade dabei! Olli Katsch! Das ist klar! Oha! Oha! Okay! Oha! Oha! Olli Katsch! Okay, wir wissen was genau was du machen wollen! Oha! Olli, was? Ich hab doch gedrückt, Mann. Klasch doch, die Hand einfach drauf. Hab ich. Leute, ich hab doch Spaß. Oh mein Gott, guck dir diese Schere an. Das ist die Knochen-Säge. Die Knochen-Säge. Das ist dann Blut. Naja. Brauch ich das nicht. Scheiße. Knochen, das kannst du. Jetzt ist mein Lungen raus. Raus damit. Komm, Naja. Ey, du musst das Herz rausnehmen, Mann. Warte, ich bin noch nicht so weit. Aber guck mal, wie viel Blut der verliert. Wie egal. Guck mal, da, da weg damit. Braucht er eh nicht, Mann. Eine reicht. Ja, Mann, komm. Brustbein auch nicht. Ohne nicht. Wer ist das überhaupt? Er kann sich jetzt selber entblasen. Stimmt. So, jetzt kann er auch nicht mehr atmen. Ja, ein bisschen schwer. Jetzt nimm das Herz raus, Mann. Warte, du musst mal die ganzen Knochen nehmen. Verliebt Blut und Blut. Ja, warte, es ist egal, wie viel Blut der... Komm raus, du scheiß Herz. Ich glaub, du fährst nicht ans Herz, Mann. Das war das Herz, deswegen hat's ja nicht geklappt. Ja, dann muss ich schreiten oder so. Wenn du das Pizzamesser eigentlich willst. Ich mit zwei Fängern fast. Ich schneidest dir grad selbst den Arm ab. Digga... Nein! Das war ich nicht gerade. Okay, dann verpiss dich jetzt. Ich brauch irgend so'n... Hä? Digga... Hä? Das ist das Ding, ich faszin' nach links weg. So, Hand runter... Digga, du musst mal alle Finger für Spaß. Jetzt komm, da... Da ist das Herz. Komm... Guck mal, da... Da... Da, komm. SV ab. Spanns du... Du Hanson Ja, eine Arterie hast du auf der Schnau... Ich komm so... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Ja, warte mal, ihr hattet euch verkrüppelt gerade. Oh Mann. Wer geht weg? Ja, schneid den Knochen, Olli. Mann, ich verliere es gleich. Nee, egal ob ich verliere oder nicht. Ja, lass doch los. Lass einfach stecken, Olli. Jetzt nimm einfach das Herz und pack es rein. Aber das kann man nicht rausnehmen. Ja, egal. Nimm einfach das neue Herz und tue es rein. So einfach geht das nicht, Jonas. Doch. Nein. Oh Mann. Du musst das rausschneiden. Ich kenn das. Ich kenn das. Ich kenn das. Man muss einfach das Herz rausschneiden, das Alter. Okay, ich glaube es ist fast raus und da fehlt noch ein Stück, glaube ich. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, jetzt, 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 jetzt ist alles weg. Ja, egal, wer drin ist. Ja, mach doch das Herz. Ja, es ist kack gerade ab hier, sorry. Willst du das mal probieren, Digga? Nein. Ja, du hast es doch. Raus da, raus da, raus da. Mach's damit. Jetzt. Ja, jetzt hast du verkackt. Guck mal rein. Guck mal wie schnell der Blut verliert. Nein, 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 komm, komm. Nein, das ist doch nicht normal. Ruhe und so einfach raus. Ja, lass doch das. Er hat es einfach raus genug. Ja. Ja, das war es doch. Ist okay. Gewonnen. Nein, scheiße. Ich hab eigentlich gewinnen müssen. Es ist jedes Mal, es ist ehrlich so, wenn das Herz drin ist, hast du gewonnen. Toll, Olli, super. Egal, nochmal. Ich hab gewonnen, nein. Nochmal. Ich hab gewonnen. Nochmal. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Mach den. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen.